Nicht schuldig in allen Anklang gebunden. Christian Frosch ist ein wunderbarer Regisseur, ein großartiger Filmemacher, mit dem wir auch schon zusammengearbeitet haben und sehr gerne zusammengearbeitet haben. Dazu kommt, dass es ein Drehbuch ist, das faszinierend ist, berührend ist, intelligent ist, informativ ist, aber vor allem auch wahnsinnig aktuell und hochpolitisch. Es geht definitiv um Moral und Politik. Wie geht das miteinander? Es ist das Verleugnen einer riesigen Schuld. Niemand kann sagen, er hat nichts zu tun mit irgendeiner Vergangenheit.